Aufnahme läuft! In der Test-Mighty Test Lebs du Nehy Lebs du Nehy In der Nehy Ja G, ist gut zu leh Ist gut Der Lier Lebs du Nehy Aueee Aueee G Z AAAAAAAH Hallo, ich habe einen Haftungsbefehl gegen Sie. Haben Sie einen Haftbefehl? Ja. Sind Sie Haftbefehl? Ja. Oh Scheisse. Nein. Das ist natürlich blöd. Ich habe einen Haftbefehl gegen dich. Nein, wieso? Ich habe gar nichts. Gar nichts mehr. Doch wegen Drogenhandel. Es tut mir leid Herr Fischer. Aber wir müssen sie jetzt abführen. Ich habe mir gerade mein Gesicht verziehen bei dir. Ich schiebe sie dort vorne. Ich verziehe gerade mein Gesicht bei mir, weil ich gerade eine Einstellung mache. Hier oder? Hier oder? Was machst du? Hallo. Ich will tanzen. Ich habe jetzt eine Möglichkeit, das du im Holz machen kannst. Schreibt es in die Kommentare, wie das geht. Wie zwei, drei Nase, die das Video geschrieben hat. Schau mal, schau mal. Schau mal, schau mal. Wow. Ist das nicht krass? Ui. Nicht die Jacke noch. Ich glaube nicht. Sprachchat. Aufnahme läuft. Heisst das. Ananas. Schau mal. Mach! Blaue Chat. Oh, da ist ja. Es geht wichtiger als hier. So bin ich wirklich. Wie ich meine Tastatur mal wieder zu hammern habe. So. Sehr ruhig. Ah. Ani und kenne es um diiiinst. Juuu. Ich muss nie etwas anderes anlegen für den Dienst. Neiii. Juuu. Also. Wir müssen ja halt Autos besorgen, würde ich sagen. Das sieht man da. Was für Autos würdest du nehmen? Äh. Ich weiss nicht. Kann ich die hier irgendwie auswählen? Ja. Ähm. Sie gehen drauf. Während dem der Kreis drum ist. Der G-Enter. Wir können sie mit den Pfeiltasten nach links. Denen bekomme ich zuerst mal eine Einführung vom Gutalter Lester. Ich hätte das extra angelufen, weil ich ihm sage. Jo Bro, ich möchte Autos auswählen. Hey Bro. So. Jetzt haben wir hier alles. Sentineel Classic. Ist das das? Der klingt doch. Classic. Der klingt doch gut, oder? Findest du auch der dünnste Classic? Nein du isi. Nein, Alter. Sentineel Classic. Sensiri der Rente sind, ja, das ist gut, das ist gut. Also, wer will holen? Ja, ab zum Sentiniri die Hensmeri, Alter. Ab zum Henry, Henry die Hensmeri, Alter. Ja, let's go. Abfahrt. Bist du sicher, dass du die Ausrüstungsmission starten willst? Ja. Um die Fluchtfahrzeuge vom Typ Sentinel Classic zu wählen. Enter für ja, Escape für nein. Es geht nicht. Ja. Hallo. So, was ist das hier? Kann ich mal einsteigen und selber machen? Nein. Wo ist dieses Auto überhaupt? Ja, Alter. Weiss auch nicht, von mir wurde gar kein gespart. Boom. Okay, was ist unsere ... Äh, müssen sie sein. Äh, unsere Mission dann. Wir fahren zum Opium Knights Hotel. Stehle dort Autos und fahre wieder zurück. Okay. Nehm ich mal an. Was bringt es uns? Was ist unser... und was ist der Benefit? Unsere schlussendliche Mission. Ist ja der Raub im Fall vom Tresor... Abgeschlossen, Alter. Vom Kino. Vom Kino! Alle haben mir überfallen Kino und Klauen. Avengers... Secret Wars, weiss auch nicht. Endgamer. Das ist eine andere Filme. Wir müssen auch über die neuen Filme reden. Nein, jetzt reden wir über das Casino. Wieso nicht über das... Bar-Sino, Alter. Über das Bar-Sino. Sarbino. Können wir jetzt zurückkommen zum Ursprünglichen Thema? Nein. Ja, ich sehe direkt der Unfall, wenn du es sagst. Ja, ähm... Ziel ist ja, dass wir... ...den Tresorraum vom Casino ausräumen. Scheisse! Ja, ja. Und für das brauchen wir ja dann Fluchtfahrzeuge. Und die Fluchtfahrzeuge werden wir uns jetzt beschaffen. Wow. Sind die Menschen da schuldig? Ja. Okay. Ich überfahre sie nochmal. Ja, die auch. Hopp. Es ist wichtig, dass wir Menschen umfahren. Ich gehöre, ein Helikopter auch. Das ist ein Helikopter. Ein Süd-Hilikopter. Ey, mach doch mal auch ein bisschen Ramba-Zamba. Kann ich nicht sein, dass ich die einzige Person bin, die du alle umbringen würdest? So! Hör bis alles. Ei, 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 ei! Sau mal, ey! Oh, oh! Ah! Ah! Ah, wirklich? Muss irgendwo auch... Nija, es ist schon los! Haftbomben. Ripp an das Auto hinter uns. Goodbye. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch. Was haben wir sonst noch? Rohrbomben. Sind die Rohrbomben krass? Das sind Rauchbomben. Tränengas. Tränengas ist eigentlich schon recht krass, wenn du denkst, dass das... wenn es einen ganzen Raum füllt, das ist eigentlich ein Ding, oder? Das bringt dich aber zum Rennen, hey. Molotow Cocktail. Lolomoff Cocktail. Also Autos nicht zerstören. Ich weiss, ich weiss du möchtest. Achso. Okay. Mit Raketenwerfen bedrohen. Weg mit euch. Im Feuerwerksabschuss gerät. Muss ich einfach weg? Wie haben wir denn das gemacht, hey? Hallo, ich mache für Minikop-Ausrüstung. Wow. Warte, kann ich mich jetzt nochmal umziehen? Mach's nicht, mach's nicht. Ich will ja nicht das Spiel auseinandernehmen. Hehehe. Looking good. The vehicle hereafter is on the way. Get out front and wait for him. Wie ist das gegangen? Man hat hier so hingestellt. Dann so. Und dann so. Oh shit. Geht's da rauf. Alle. Können wir mit privaten Autos fahren, die werden sich auch noch... So what the fuck. Also, wir gehören dazu. Hehehe. Wir parkieren jetzt drin. Das heisst warten und keine Menschen umbringen am besten. Wieso, ich will doch jemanden umbringen. Hast du doch selbstständig. Los, Petrick. Der Kuchichef, Alter. Ah nein, das ist der Server. Ein Service bei euch. Schau hier. Der Server. Sorry, ich wollte dich nicht bedrohen. Ah, Tadek! Die Sau da kommt! Warte bis er weg ist. Warte bis er weg ist. Sorry. Ich begleite sie rein. Kommen sie mit. Wer bist du? Ist es sie oder auch? Keine Spawn steht vorne, nein. Schönen Tag noch, ade. Aber bei uns. Ich bin auch noch geklaut. Wunderbar, Sero. Ja, jetzt muss ich doch tatsächlich auf ein Auto kommen. Der driftet aber auch zum Tod. Nein, nein, nein. Der Ort, wo wir jetzt gerade das Zeugs abgeholt haben, ist so der Ort, wo ich so nie in GTA bin. Au. 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 Mich überschlägt uns. Und der Nächste ist ankommen. In einer geilen Karre. So bitte verschwinde. Bitte ins Wasser fallen. Bitte ins Wasser fallen. Nein, fast ins Wasser fallen. So. Jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Jetzt ist gerade eine gefährliche Bedrohung für die ganze Strasse freigelassen worden. gehen alle auf die Seite. Und wieder Jamie kommt jetzt zu fahren. Ey, ich finde das nicht gut, was du hier wieder über mich erzählst. Ich schon. Ich werde das jetzt... Ich werde das jetzt... Nein, sehr ehrlich. Nein, 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 nein. Und dreimal nein. Und fünfmal nein. Und sechsmal nein. Und tausendmal ja. Doch. Nein. Nein. Einfach... Wie habe du dort so gesetzt, wenn der Jamie nicht einverstanden ist? Der Riesen-Diskuss. Oh, ich muss einfach kotzen plötzlich. Hey du. Solange du es nicht über meinen Tisch machst, ist mir eigentlich egal. Am Schluss schwimmt deine Tasche und du es an die Zeuglinge. Also wirklich, Cedric. Können wir da bitte mal ein bisschen ein bisschen gewiss bleiben? Wo ich merke es habe. Wo ich merke es habe. Wo ich merke es. Wo ich merke es habe. Er ist mir langsam nichts Neues mit dir. Ah ja. Die Niveaulosität liebe ich. Die Niveaulosität liebe ich. Die Livo. Die Lollivosität. Ey, ich habe einfach ein grünes Auto. Ikke einfach ein grünes Auto. Ist das krass, oder? Wenn jetzt Männer Schaber sind, dann ist ein Mann, der viel isst, eine Küchenschabe. Und das ist die Niveaulosität, die diese Welt braucht. Liebe Verkehrsteilnehmer, bitte passen Sie auf. Ein Cedric mit schlechtem Humor möchte Sie beleidigen und belästigen. Wo steckst denn du? Ich bin schon lange angekommen. Äh, ich nicht? Woher weisst du, dass ich nicht angekommen bin? Meinst du längst noch für ein Ding? Oder willst du das wieder mit dem Video sehen? Du, wir müssen... Wir können ja nicht einfach... Die Folge ist ja schon viel zu lang. Wir schauen mal schnell, wie lange sie schon läuft. Mit so einer schöneren Uncut-Sache, Alter. Ja, Alter. Die Leute wollen doch auch sehen, wie wir da... Background-Sachen machen, liebe Leute. Ich liebe das. So Making-offs von Filmen schaue ich mega gerne. Und zweitens, es schaue ich eh keine Sau. Ausser diese zwei, drei Dudes. Und ich bedanke mich wirklich bei denen. Ich mich nicht zu kommentieren jetzt. Erreg, ich bin da! Erreg! Aus solchen Leuten hangt mein Kanal ab. Und wegen dem möchte ich mich einfach mal für alle Leute, die mich abonniert haben... Und wo Minivideos schaue, genau. Bedanken. Dankeschön. Auch von Jamie aus. Er sagt es zwar nicht, aber er ist auch dankbar. Kein Danke, dass ihr bei mir nicht abonniert. Das ist dann wieder ein anderes Thema. Es ist ein sehr... Oh, sehr legal. Ich nehme das Auto jetzt und fahre weg. Ich kann nicht einsteigen. Jetzt kann ich nicht einsteigen. Ich kann nicht einsteigen. Aber bei. Ich kann immer noch nicht einsteigen. Was machst du wieder? E zum Modifizieren. Einfach mal eine Rundehaupe. Verbesserungsstufe 1, Verbesserungsstufe 2, Verbesserungsstufe 3, Lackierung. Brauchen wir... Nein, nein, nein. Vorher hat das ja schon gewusst. Ein Ping für das Auto, komm. Ja, Mann, Alter. Wie viel Türe ist das? 5 Millionen? 100 Franken. Ich kann noch eine Sache, die wir machen können. Komm, steig raus. Steig raus, das Auto ist gut. Sonst schreck ich dich da raus. Mal durch! Du weisst, wie Darts funktioniert, oder? Äh... Jetzt wischen. Jetzt gibt's eine Runde Darts. Für das muss ich zuerst. Also, du weisst noch, wie es ungefähr geht. Versuch mal zu erklären und ich... Oh yeah, man. Oh yeah, man. Derzeit nicht verfügbar. Es findet bereits eine Runde Darts statt. Nein. Wir sind leider nicht mit hineinzogen worden. Oh, aha, ja, dann... Warte, 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 bevor du jetzt etwas machst. Warte, 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 warte. Ah, ey. So. Los. Das ist leider nicht verfügbar. Es findet schon eine Runde statt. Hey, bei mir bist du jetzt gerade am Schiessen. Schon, bei mir... Ich lauf doch am Zeug rum, und bei mir bist du die ganze Zeit am Schiessen. Ja, dann... Versuch du mal... Mann, was machst du wieder? Mann, ich will doch auch noch eine Runde Darts spielen. Ich sehe nicht, weisstens... Bericht mir ein bisschen, wie es läuft. Ah, doch, ich sehe den Darts. Oh! Okay, ich schaue, was du so machst. Okay. Okay. Sehr schlecht. Ich weiss, ich breiche den rote Ring raus und mich immer noch... 226. Oh mein Gott. 226. Oh. Oh, 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 oh. Noch 150. Wenn du jetzt in die Mitte dreimal triffst... Oh, jetzt nicht mehr du wirst. Würdest du arbeiten. Wow. Dann kann der Ausserring dreimal treffen. 75. 70. Wenn du den Ausserring dreimal triffst, hast du es auch geschafft. Haha, das passiert jetzt nicht mehr. Nicht schade. Immer noch 50... Ich habe den Bullseye... Ich habe den Bullseye getroffen. Ah. Oh, shit. Oha. Ich bekomme jetzt Geld. Ich bekomme eine RP. Du bist einfach nur... Bekämt, ich habe schon Points. Ne. Automatisch ist es wieder Zeit, dass man in der Schweiz sagt, Will. Wir sagen jetzt Tschüss. Was sagen wir jetzt? Jetzt sagen wir, dass wir noch schnell hochgehen. Meine Spielhalle anschauen. Die habt ihr bis jetzt auch noch nicht oft gesehen. Sonst sagen null mal. Wow. Das ist ja nur die Garage. Das hier ist die Spielhalle. Ich bin im Moment noch dran, die ganzen Automaten zu kaufen. Komm, 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 komm. Wir machen jetzt Lovinator, wie der heisst. Aber ich gebe dir jetzt gerade einen Dollar. Professor Love. Oh, shit. Oh. 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 Hallo. Cold shoulder. Hot and heavy. Ah, ich bin heiss und heftig. Ich bin heisser und heftiger als du. So, jetzt entscheidet es wirklich. Wenn du es nochmal gewünscht, dann hast du wirklich. Es bricht einfach instant ab. Okay, es bricht auch. Tschüss.